Wie heißt ihr beiden? Das war Kümmer, der schreibt, hat er gewonnen, 2-0, 2-1, wie auch immer, FC Bayern München gegen Etzold. Schlussphase, relativ typisch. Da habe ich manchmal fast ein schlechtes Gewissen. Ich mache die Kamera an und es kommt erst mal ein Fehlaufschlag, weil vielleicht der Spieler gerade merkt, aha, jetzt werde ich gefilmt und dann kommt so eine Art Lampenfieber. Möchte ich eigentlich verhindern, dass ich auf diese Weise irgendwie da Einfluss nehme aufs Geschehen. Andererseits, tja, wir leben in einem Medienzeitalter. Alle Videos, Wilhelmsdorf und das erste Wilhelmsdorfer Bavarian Race Cup Turnier nach dem Lockdown Corona. Samstag, 18. Juli 2020, das dritte Turnier. Zwei sind schon gelaufen. Beide hat Christian Fredrich gewonnen, der von TTC Wohlbach zweiter Mannschaft gewechselt ist nach Ebern. Mehr aus diesem Turnier unter dem Suchwort Reinhard Steinbrüche 2020 07 18. Wilhelmsdorf.